In diesem Film lernen Sie, wie Sie benutzerdefinierte Füllfarben und Rahmenlinien zuweisen. Der einfachere Fall sind Füllfarben. Um sie zu ändern, markieren Sie zuerst die Zellen, Zeilen oder Spalten und klicken dann im Register Entwurf der Tabellentools auf den Farbeimer. Für eine Vorschau zeigen Sie auf eine Farbe. Zum Zuweisen klicken Sie darauf. Rahmenlinien sind ein wenig komplexer als Füllfarben. Hier kommt es auf die richtige Reihenfolge der Handgriffe an. Nehmen wir an, Sie möchten die oberste Zeile durch eine dicke Linie vom Rest der Tabelle abgrenzen. Klicken Sie zuerst in die Tabelle und wechseln Sie zum Register Entwurf der Tabellentools. Und jetzt halten Sie sich genau an die Reihenfolge. Erstens markieren, und zwar den Bereich, dessen Rahmenlinien Sie anpassen möchten. In diesem Fall also die erste Zeile. Zweitens Linienart festlegen. Wenn es eine durchgehende Linie sein soll, können Sie die Voreinstellung übernehmen. Drittens Linienstärke festlegen. Gehen Sie ruhig in die Vollen. Viertens Farbe festlegen. Wenn die voreingestellte Farbe passt, können Sie diesen Schritt überspringen. Wenn nicht, klicken Sie auf die gewünschte Farbe. Fünftens Geltungsbereich festlegen. Welcher Teil der markierten Zellen soll die Linie mit den eben gewählten Einstellungen erhalten? In unserem Beispiel ist das Rahmenlinie unten. Die dicke weiße Rahmenlinie verstärkt nun die Trennung zwischen der ersten Zeile und dem Rest der Tabelle. Das ist das Rahmenlinie.